Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ist. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie ich es präsentiere, aber am Ende, wenn Sie oben stehen, wenn Sie Ihrem Herzen folgen. Und so habe ich das auch getan. Musik Musik Wenn man einen so glücklichen Augenblick erleben darf, ist man immer dankbar. Und deshalb freue ich mich, dass ich daran beteiligt sein konnte, dass das damals gelungen ist und dass damit auch Jürgen Ehrenstein aus der Mauer gelöst wurde. Musik